Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jürgen, Krebs und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Magen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, mein Geister ist einfach gelungen! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die US-S! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ich bin Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messergabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur verhindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Kuh daran getan, von jahrelang alle Hörnoffiziere nicht getätigen zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Misch gesteckt, den Zerropper erobert! Verreiter! Von allem Anfang an, wenn sie so verraten und betrogen wurden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verreiter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das in Berlin verlasse, dürfen Sie sich gewaltig. Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Untertitelung des ZDF, 2020